Lady Tatjana Mountbatten erwartet ihr zweites Kind. Auf Instagram präsentiert die Großcousine von Prinz Philipp ihren Babybauch. Das britische Königshaus gab kürzlich erst die süßen Baby-News von Beatrice von York, 36, bekannt, doch die Prinzessin ist nicht die einzige, die derzeit im siebten Babyhimmel schwebt. Auch Lady Tatjana Mountbatten, 34, die Großcousine von Prinz Philipp, 99, überraschte nun mit einer freudigen Enthüllung. In einem Instagram-Post zeigt sich die schöne Ehefrau von Unternehmer Alexander Alekdru freudestrahlend mit ihrer bereits fortgeschrittenen Babykugel. Im Wow-Look präsentiert Lady Tatjana Mountbatten ihren Babybauch. Für ihren großen Auftritt wählte die Psychotherapeutin und Reiterin einen figurbetonten und doch schlichten Look, der den Blick ganz klar auf ihren Babybauch lenkt. Der schwarze Jumpsuit mit mittelangen Ärmeln und hochgeschlossenem Ausschnitt steht der 34-Jährigen hervorragend. Auch sie selbst scheint sich pudelwohl zu fühlen, so posiert die baldige Zweifach-Mama für gleich mehrere Fotos und zeigt dabei ihr schönstes Lächeln. Eine Hand hält sie dabei stets schützend und liebevoll an ihre Babykugel. Die Großcousine von Prinz Philipp hat ein Händchen für den perfekten Auftritt. Bescheiden und humorvoll schreibt sie dazu, eine private Vorschau auf meinen wachsenden Bauch und die exquisite neue Kollektion von Ed Max Mara. Die Tochter des Vierte, Marcus of Milford Haven George Mountbatten, 63, verkündete die frohe Botschaft ihrer Schwangerschaft auf einem Fashion-Event. So legte sie zwar einen absoluten Überraschungsauftritt hin, drängte sich mit ihren Neuigkeiten aber gleichzeitig nicht auf, sondern offenbarte sie im Laufe des Geschehenes eher beiläufig. Im vergangenen Jahr wurde die 34-Jährige erstmals Mama. Im September 2023 erblickte ihre erste Tochter Elodie das Licht der Welt. Seither postete sie immer wieder niedliche Fotos mit ihrer Kleinen auf Instagram und betonte zuletzt am Muttertag, wie glücklich und dankbar sie sei, Elodies Mama zu sein. Schon bald wird die Familie um ein Mitglied reicher sein, was das Liebesglück mit Alexander Drew sicherlich noch weiter wachsen lässt. Wie schön!